Mehr als du. Tatsächlich mehr als du bist oder als du dich fühlst oder als du dich definierst oder du dich emanzipierst oder dich von anderen Menschen abgrenzt. Es geht ja immer wieder um das Ich in dem Sinne, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit und steht vollkommen außer Frage, dass Persönlichkeit und dass das Ich schon etwas Wesentliches ist. Also diese eigene Identität, die wir alle haben und die wir alle im Laufe unserer Entwicklungsprozesse schaffen. Aber das eigene und das rein individuelle ist auch sehr problematisch, weil wir natürlich immer wieder nur auf uns zurückgeworfen sind. Du also nur auf dich zurückgeworfen bist und dann bist du mit dir alleine und dann kommst du vielleicht nicht weiter. Oder du bist größenwahnsinnig und du denkst, du kannst alles schaffen. Du bist die große Macherin, der große Macher und all das. Und dann habe ich auch wieder ein Problem bzw. dann haben andere Menschen mit mir ein Problem. Also in dem Sinne mehr als du. Ein Bewusstsein zu schaffen, das ist die Herausforderung, das so ist, dass einerseits eben dieses Persönliche da ist. Das bin ich, das darf ich sein, das ist eine Einmaligkeit in diesem Leben. Das hat Sinn. Es hat Sinn, dass ich eben eine einmalige Persönlichkeit bin. Auf der anderen Seite aber die Relativierung davon. Ich bin eingebettet in ein System mit anderen Menschen, mit einem sozialen Umfeld, mit einer Kultur, mit einer Gemeinsamkeit, in einer Demokratie. Als Reisender oder was auch immer ich bin irgendwo. Ich bin ja nie alleine oder getrennt von dem, sondern das Miteinander spielt ja stets eine Rolle. Und das ist eben dann die Relativierung des reinen Du's oder des reinen Persönlichen. Ich bin als Mensch überhaupt nur vorstellbar in anderen Zusammenhängen. Ich lebe in einem Zusammenhang. Ich bin Teil etwas Umfassenderen. Also im wahrsten Sinne des Wortes Umfassenderen. Das ist der Himmel wie das Wetter, die Natur, die Kultur, in der ich lebe, das Miteinander im sozialen Umgang. Das ist aber auch so etwas wie der Spirit, wie der Geist, wie das, was im Hintergrund wirkt, von dem wir mehr ahnen als wissen, als Menschen oder auch glauben als Menschen, dass es da ist. Also wir haben eine Ahnung davon, sonst würden wir das nicht entwerfen. Und sonst wäre das uns nicht im Sinn, dass noch andere Zusammenhänge bestehen, dass ein Background da ist. Dass etwas Allumfassendes da ist und so weiter und so weiter. Also das ist eben diese Relativierung mehr als Du. In dem Sinne nicht nur Psycho und damit Plädoyer für das Interpersönliche, also das Zwischenpersönliche. Was passiert da zwischen den unterschiedlichen Persönlichkeiten oder zwischen meiner Persönlichkeit, die durchdrungen wird noch von etwas anderem? Also ein Mensch, der es nicht schafft, aus sich selbst immer wieder auch geradezu auszusteigen und zu sagen, so das bin ich, mit meiner, wie auch immer die Attribute aussehen, negativ wie positiv. Aber ich bin immer in einem Zusammenhang. In dem Sinne bin ich nie alleine. Sowohl alleine omnipotent als auch alleine niederpotent, also überhaupt nicht potent und minderwertig. Das ist ja auch immer wieder die große Herausforderung, die wir als Menschen haben. Bin ich absolut groß und mächtig und kann alles tun, kann alles durchsetzen und mir alles reinziehen? Oder bin ich auf der anderen Seite vollkommen minderwertig und nichts wert? Und in dieser Spanne läuft ja oft das Psychogeschehen ab. Diese Bewusstheit, mehr als du, erweitert dieses reine, ich nenne es mal so ein bisschen provokativ, Geplänkel um Psycho. Ich nur Psycho. Ich muss mich ständig abgrenzen, meine Grenzen wahren und all das ermöglichen. Und acker dann nur noch mit jedem Menschen in Bezug auf der Psychoschiene. Das reicht sicherlich alleine nicht aus. Wobei wir sagen, um das auch zu betonen, Psycho ist sicherlich gut. Das ist eine gute Möglichkeit. Aber eben nur ein Spektrum der Möglichkeiten. Es gibt mehr als das Du. Wie vielen Klienten habe ich schon verschrieben, widme dich mal ganz anderen Menschen. Diene anderen Menschen, ganz bewusst, egal wem, ob das der Partner ist, ob das die Großmutter ist, ein kranker Mensch, ein behinderter Mensch, Kinder sind, spielt gar keine Rolle, damit sie endlich aus sich selbst herausfinden. Damit sie sich der Welt widmen und der Welt in dem Sinne tatsächlich buchstäblich dienen und Arbeit für die Welt machen, weil die Welt diese Arbeiten braucht. Auch damit sie von ihrem Egozentrismus runterkommen, der sie immer wieder gefangen hält in dieser einseitigen Psycho-Befindlichkeit. Wenn Psycho gut ist, dann kommt eben das Aber. Aber zu einseitig und oft Therapie, manualisiert in der heutigen Zeit. Wir leben ja in starken Strukturvorgaben. Strukturen werden geschaffen, sie werden standardisiert, sie werden manualisiert, sie werden checklistenartig unterbreitet. Und das nenne ich Therapie manualisiert im Sinne einer Rehabilitation, im Sinne einer Medikalisierung, einer nur Therapie an sich. Und Therapie droht in weiten Bereichen ein Selbstläufer zu werden, der sich vor allem auch wirtschaftlich lohnt oder der wirtschaftlich als Mittelpunkt den Menschen hat, an dem er ansetzt und dadurch eben kommerzielle Interessen vertritt. Das ist durchaus die Krux medikalisierte Auffassung. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einem Zeitalter landen, wo nur noch alles medikalisierungsbestimmt ist oder therapiebestimmt ist. Das ist viel zu einseitig und eine Einschränkung des menschlichen Daseins. Also das große Thema des Individualismus. Und wir leben in einer Zeit, gerade in den westlichen Industrieländern, in denen es sehr stark um Individualismus geht. Mein Workout, mein Checkpunkt, meine Gesundheit, meine Balance, meine Work-Life-Balance, mein Yoga, das mir zugute kommt. Ich tue was für mich, ich tue endlich was für mich und so weiter. Und dann geht es nur noch um mich, 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 ich im Mittelpunkt, weil ich wurde nicht gesehen oder fühlte mich gesehen. Und schon ist man auf dieser Egozentrismus-Schiene festgefahren und dem Individualismus verkommen geradezu. Es geht nicht nur um das begrenzte Individuum, sondern um das erweiterte Individuum. Ein Individuum ist gut, ganz sicherlich, es ist aber auch relativ zu sehen, nur in Bezügen zu etwas anderem. Wir sind nur dadurch überhaupt wertvoll oder möglich in unserer Existenz, wenn wir in Zusammenhängen leben, also in Dingen, die uns bedingen oder die wir mit Bedingen leben. Es geht nicht nur um das Sich-Drehen um sich selber und eben andere Menschen in der Konflikthaftigkeit und ständig diese Klempner-Schlüssel, Psycho-Klempner-Schlüssel anzusetzen, zu sagen, welche Schraube drehe ich jetzt, welche Technik nehme ich, damit es mir da besser geht und all das in der Art. Also das ewige Ackern im Psychofeld, was viele, vor allem auch spirituell orientiertere Menschen, zu Recht kritisieren an der Psychotherapie. Die Ackern ständig nur auf diesem Psychoacker rum, die kommen einfach nicht weiter. Die sehen gar keinen Horizont, die sehen nicht, dass jenseits des Ackers ein Vogelfeld ist oder eine Vogelhecke ist und da hinten ein Wald. Und der Wald in einer großen Wetterlandschaft und was weiß ich. Also wir sind Bestandteile oder du bist Bestandteil der Natur und der Zusammenhänge, in denen wir und durch die wir tatsächlich existieren. Das bedeutet, du kannst dich nur umfassend begreifen, umfassend begreifen. Wunderbewusst, global, spirituell, sozial, politisch, kulturell und so weiter und so weiter. Also raus aus diesem eigenen, aus diesem einseitigen Ego-Bezug, den wir sehr stark betont haben, gerade in den Nöten oder Problemen einer gegenwärtigen Industrielandschaftswelt, wenn ich es so nenne. Mehr als ich und eigen, mehr als mir und Anhäufung und all diesen Geschichten. Geborgen in dem, was dich tatsächlich umgibt. Wenn ich mich in der Natur befinde, also ein Beispiel von mir zu nehmen, also Naturlandschaft, egal welche, egal ob das am Ostseestrand ist oder im Himalaya, dann fühle ich mich immer als Einheit von dem. Und das zieht mich geradezu an. Da komme ich immer wieder aus mir raus. Ich kann mich nur begreifen als Bestandteil dieser Natur. Und das ist gut so. Also die Relativierung von Ich und dem Anderen. Also gleichzeitig zentriert bei sich zu bleiben. Es ist schon wichtig, auch bei sich zu bleiben und für sich zu stehen und auch zu halten und konsistent zu sein im Ich. Als auch auf der anderen Seite das Dezentrierte. Da ist auch etwas anderes. Bei sich und von sich weg. Also mit dem, was auch immer das dem dann ist. Und insofern natürlich die Frage, was ist dein Platz? Was sind deine Plätze, deine Möglichkeiten, deine Relativierung? Wo machst du dich zu breit? Wo bist du zu stark? Wo bist du zu einseitig belastet von dir selbst und durch dich selbst? Wir müssen uns ja immer wieder auch von uns selbst befreien als Individuen. Immer und immer wieder. Auf der anderen Seite gibt es eben aber auch, ich bin zu klein, ich bin zu nichtig, ich bin nichts wert. Was kann ich denn? Wem kann ich mich dranhängen? Oder wem in der anderen Seite? Das ist ja die andere Seite, die Kehrseite dessen dann, als Möglichkeit. Wem kommst du zugute? Wem oder was kommst du zugute? Und was kommt dir natürlich zugute? Das heißt, es geht um Selbstverantwortung und Mitverantwortung. Und damit Mitgestaltung in dieser Gemeinsamkeit, in dieser sehr starken und unterschiedlichen Gemeinsamkeit, die wir als Individuen, als Persönlichkeiten erleben können. Und insofern lohnt es sich immer wieder darüber nachzudenken, sich damit zu beschäftigen, was ist mehr als du? Was geht über dich hinaus? Damit also diese Seele, die wir ja sind, wenn wir uns als Seele betrachten, das sind ja alles Konstrukte, also als Möglichkeiten, als Persönlichkeiten betrachten, tatsächlich größere Zusammenhänge sehen. Ich denke, an was es Menschen oft mangelt, ist der Horizont. Sie sehen einfach zu wenig. Sie sind zu sehr auf sich bezogen. Da gibt es mehr als nur du, nicht nur Psycho. Ein Plädoyer für das Interpersönliche.